So, jetzt kommt noch ein wenig ein Hexensäumappi, Vorsicht, es ist ein bisschen kalt. Und dann noch ein Zauberspiel, Jungfern, Burs und kühltes Haar, Amort, Pfeil und Hotzassa, schmeiß herab die Hochzeitgrenz für die Burgl und den Lorenz. Aber schon mal besser dicht, oder hat doch das Hälfte. Ja, was, das ist jetzt schon, sind wir schon vierten? Nein, noch nicht ganz. Du darfst jetzt den Kurs drei Tage langen. Nur in einem Wasserwaschen, das war aus einer Quelle, aus einem Grundentspring. Vielleicht hat der Fahrer doch recht und ich brauche einmal einen rein. Ihr habt so hoffentlich eine Quelle auf einem Mundstück. Ja, aber nur den mit dem kreisligen Wasser. Ah, die Bitterquelle. Ja, den springt gleich hinter uns im Haus, aber das Wasser ist so geäßig, dass man es nicht drinnen kann. Du sollst es ja auch nicht drinnen, du sollst ja bloß deine Füße drin waschen. Und das drei Tage lang, hast du verstanden. Nein, du solltest ja nur sein, dasissoosureist. Dankeschön. Danke. Ja. Ja, danke. Emma Petro Schefte, Und du sollst es nicht mehr so implied? Vielen Dank.